Ich bin Laurent Germain, Grupp-Managing-Direktor von Segula Technologies. Segula Technologies ist ein globaler Engineering-Konzern, der in 28 Ländern mit 140 Niederlassungen tätig ist. Segula Technologies beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Wir sind ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Innerhalb von fünf Jahren hat sich Segula von einem französischen Mittelständler zu einem globalen Ingenieurskonzern entwickelt, der fast 300 Industriekunden auf der ganzen Welt betreut. Segula realisiert Großprojekte in der gesamten Bandbreite. Vom Design und technischen Studien bis hin zur Industrialisierung und Produktion. Wir sind sehr erfolgreich bei Innovationen. Wir führen jährlich mehr als 200 Projekte in Forschung und Entwicklung durch. Beispielsweise über die Fabrik der Zukunft, 3D-Druck, vernetztes Auto, Energieeffizienz und wie Sie hier sehen, Augmented Reality. Wir präsentieren alles, was wir im Bereich Augmented Reality machen, sowie unsere Vision, wie Augmented Reality zu einem beeindruckenden Design, aber auch zu Wartung und Training beitragen kann. Die Besucher werden mit hohen Lensbrillen oder Tabletten ausgestattet, mit denen Sie sich sehr einfach durch die verschiedenen Schritte der Installation von einem Getriebe in einem Fahrzeug bewegen können. Wir stellen zudem unser Know-how in der Schienenverkehrsindustrie vor, insbesondere rund um folgende Dienstleistungen, Signaltechnik, Fuhrpark und Infrastruktur. Lassttesten in der Funktion Lensbrillen